Hallo meine Zaubermäuschen und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Airbrush Grundkurses. Ja, wenn euch das Video gefällt, dann gerne einen Daumen nach oben, auch gerne einen Kommentar da lassen, was für Videos ihr euch noch so wünscht. Ja, ansonsten abonnieren ist natürlich auch sehr gerne bei mir gesehen, da würde ich mich sehr drüber freuen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt und starten wir doch einfach jetzt. Als nächstes kommen wir zu den Kleinscheiß. Der Kleinscheiß ist Farbe, Schablone und noch so ein bisschen Reinigungszeug. Kommen wir erstmal zu der Farbe. Farbe benutze ich hier die von Schminke hauptsächlich, außer das Weiß von Schminke. Das Weiß von Schminke deckt nicht wirklich gut, da habe ich mir eine andere Marke ausgesucht, verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung oder Infobox, wie auch immer ihr das nennen wollt. Gut, ich komme jetzt mal einfach auf die Farbe von Schminke zu sprechen. Eigentlich hat jede Farbe so eine Pimpette dabei, damit könnt ihr die Farbe aufnehmen und dann ganz einfach in die Airbrushpistole einfüllen. Für einen Finger reicht meistens ein Tropfen. Für alle zehn Finger müsst ihr jetzt nicht zehn Tropfen nehmen, dann müsst ihr euch mal so ein bisschen einpendeln. Ich würde erstmal so wenig wie möglich reinmachen, zwei, drei und wenn es dann doch nicht reicht, dann nachfüllen. Denn es ist immer Verschwendung, wenn ihr das Ganze dann in den Clean Pot reinsprühen müsst und dann ist die Farbe auf jeden Fall weg und verschwendet. Ich würde sie nicht wieder in die Flasche zurückkippen, denn es kann immer sein, dass die Farbe schon ein bisschen irgendwo getrocknet ist und ihr dann Schmutzpartikel in die Farbe reinbekommt. Das ist natürlich nicht so geil, weil dann verstopft die Pistole. Diese Farbe ist quasi sehr stark verdünnte Acrylfarbe, beziehungsweise auf Wasserbasis. Würde ich euch immer empfehlen, direkt so zu kaufen und nicht selber irgendwelche Farbe dünn anzumischen, denn da kann immer ein bisschen was schief gehen, weil die Trocknungszeiten da immer so ein bisschen anders sind und diese spezielle Acrylfarbe für Airbrushpistolen, die ist natürlich richtig dafür geeignet und angemischt. Theoretisch könnte man auch mit Nagellack sprühen, würde ich euch aber definitiv nicht empfehlen, weil damit versaut euch nur die Pistole. Da das Ganze wasserlöslich ist, müssen wir es natürlich sehr gut versiegeln. Da gibt es so ein paar Sachen, die ihr beachten müsst, aber dazu kommen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Als nächstes kommen wir zu einem relativ wichtigen Teil und zwar sind das die Reinigungsbürsten. Also die solltet ihr euch wirklich anschaffen, weil ohne lässt sich das wirklich schlecht reinigen. Ihr kommt ganz blöd in die ganzen kleinen Öffnungen rein von der Airbrushpistole. Deshalb schafft euch die wirklich an. Zu denen gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Ich habe hier welche, fünf Stück in verschiedenen Größen. Ich werde wahrscheinlich immer am meisten die beiden benutzen. Vielleicht auch nochmal die dritte Größe, aber die ganz großen Dinger, die sind mehr so für riesige Pistolen geeignet. Und zum Schluss kommen wir zu den Motiven, die ihr dann zum Schluss natürlich auch auf den Nagel drauf machen wollt. Wo ich die kaufe, verlinke ich euch auch nochmal. Da gibt es so ein paar Sachen, die ihr beachten müsst, dass die gut kleben zum Beispiel. Also auf den Hersteller habe ich mich wirklich eingeschossen. Der macht das wirklich ganz gut. Und zwar sind das Klebeschablonen. Es gibt natürlich auch Schablonen, die nicht kleben. Die müsst ihr dann sehr blöd auf den Nagel halten und ruhig sein und dann mit der Airbrushpistole draufsprühen. Ich würde euch immer empfehlen, Klebeschablonen zu nehmen. Denn damit seid ihr wirklich sicherer und ihr habt dann auch ein schöneres Ergebnis. Aber dazu kommen wir dann später auch nochmal. Ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie so eine Schablonen aussieht. Das ist so ein ganzer Bogen. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5 mal 4, also 20 Schablonen drauf. Wir haben hier den inneren Teil. Den pul ich jetzt mal raus. Ich würde euch immer empfehlen, so eine dünne Pinzette zu nehmen. Dann haben wir hier einmal das innere Teil. Das könnt ihr natürlich auch benutzen, um zu sprühen. Gibt auch einen sehr schönen Effekt. Das zeige ich euch dann später auch nochmal, wie das aussieht. Und dann natürlich auch noch die eigentliche Schablone, die positive Schablone. Das innere ist die negative. Und so sieht die dann aus. Die wird auf den Nagel geklebt und dann einfach drüber gesprüht und fertig. Das Ganze könnt ihr natürlich mehrfach verwenden, bis die Schablone nicht mehr klebt. Also ich habe die manchmal fünfmal benutzt und dann konnte man die eigentlich schon wegschmeißen. Die Innenteile, die könnt ihr eigentlich... Die Innenteile, also die Negativ-Schablonen, die könnt ihr dann nach einmal direkt wegschmeißen. Zur Lagerung der Schablonen müsst ihr eigentlich nicht viel beachten. Ich hatte immer so ein Fotoalbum, da habe ich die alle reingepackt. Ja, dann waren sie auch sortiert. Ja, wenn meine Angestellten das auch sortiert gelassen haben, war meistens nicht so. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu erzählen. Ihr könnt natürlich auch noch andere Dinge als Schablone zweckentfremden. Eigentlich alles, was euch in der Hand kommt, könnt ihr auch als Schablone nehmen. Zum Beispiel Tüll, eine alte Strumpfhose, eine Netzstrumpfhose. Wenn die wirklich feinmaschig ist, funktioniert auch sehr gut. Ja, bei Tüll auch sehr feinmaschigen nehmen. Da gibt es manchmal so Wabenmuster oder irgendwie sowas. Das sieht auch immer ganz geil aus, wenn ihr das als Airbrush nutzt. Ansonsten, dann könnt ihr natürlich auch noch eine alte Tischdecke von der Oma nehmen. Das funktioniert natürlich auch, wenn ihr da ein schönes Muster seht. Zweckentfremdet ihr einfach und benutzt die als Schablone. Das Ganze bekommt ihr nicht nur in einem gut sortierten Nagelshop, sondern auch in einem Modellbauladen oder bei Konrad, wie gesagt, kriegt ihr das Ganze auch. Bis auf die Farben, die Farben bekommt ihr in einem gut sortierten Bastelladen zum Beispiel oder direkt bei Schminke auf der Seite. Die Schablonen kriegt ihr bei dem Link, den ich hier unten rein stelle. Die haben wirklich sehr viel Auswahl und die kleben auch wirklich gut. Also die kann ich euch wirklich ans Herz legen, euch da mal so ein bisschen umzuschauen, was es da ein Nettes gibt. Ja, ansonsten gibt es zu dem Thema jetzt erstmal nicht so viel zu sagen und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit den Übungen. So, bevor wir mit den Übungen anfangen, müssen wir das Ganze natürlich noch zusammenbauen. Wie gesagt, ich habe hier ganz normale Schraubverbindungen. Einfach hier drauf, festschrauben. So, dass es auch wirklich dicht ist. Ich zeige euch nochmal, wie es hier drin aussieht. Hier ist so eine kleine Dichtung drin, die solltet ihr nicht verlieren, denn sonst entweicht Luft. Aber meistens sind die gesichert, dass die nicht wegkommen. So, das Ganze einfach fest an den Kompressor dran schrauben. Dann nehmen wir uns unsere Pistole und schrauben die natürlich auch an die andere Seite. Und schon sind wir bereit zum Sprühen. So, starten wir erstmal noch ein bisschen mit der Pistole, wie das Ganze denn dann auch funktioniert. Also, folgendermaßen. Wenn ihr mit der Airwaschpistole sprühen wollt, da braucht ihr ein bisschen Feingefühl. Und zwar, wenn ihr diesen Hebel runterdrückt, kommt nur Luft. Wenn ihr den Hebel dann zieht, kommt die Farbe. Umso weiter ihr zieht, umso mehr Farbe kommt. Ja, also ihr arbeitet meistens nur, also ihr drückt erst. Ihr müsst immer drücken, sonst kommt keine Luft. Sonst passiert gar nichts. Und dann zieht ihr ihn langsam nach hinten. Meistens, also wir arbeiten immer nur hier so in diesem Bereich. Hier, damit könnt ihr ein Auto lackieren. Das wollen wir nicht. Da kommt dann so viel Farbe raus, also das wird keinen Nagel vertragen. Deshalb wirklich nur in diesem Bereich bleiben. Mehr braucht ihr dann nicht an Farbe. So, füllen wir doch erstmal ein bisschen Farbe in die Pistole. Ich nehme jetzt hier einfach mal das Schwarz von Schminke. Erstmal so, für die Übung brauchen wir wahrscheinlich zwei, drei Tropfen. Das reicht dann auch schon. Hier oben ganz einfach die Farbe reinfüllen, in diesen Behälter. Und dann seid ihr auch schon bereit zum Sprühen. Dann müssen wir nur noch den... Alles nass. Es kommt nicht davon, dass die Pistole undicht ist, sondern dass ich zu blöd bin, den Clean Pot vorher trocken zu machen. So. Ich würde euch erstmal empfehlen, nehmt euch ein leeres Blatt Papier und übt da drauf. Erstmal so, wie das mit dem Abzug funktioniert. Drücken, Luft, ziehen, Farbe. Wie viel Farbe kommt, wenn ihr wie weit zieht. Ja, aber starten wir doch einfach mal mit ein bisschen Rumprobieren auf dem Blatt Papier. Also, wie gesagt, wenn ihr drückt, kommt Luft, kommt wirklich nur Luft und wenn ihr dann langsam zieht, kommt die Farbe. Probiert das erstmal so ein bisschen auf einem Blatt Papier. Einfach mal so, ja, ein großes Feld schwarz machen. Einfach mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie die Pistole funktioniert. Wenn ihr dann näher an das Blatt Papier rangeht, könnt ihr natürlich feinere Linien machen. Umso weiter ihr vom Papier weg geht, umso breiter werden die Linien dann. Aber umso weiter ihr vom Papier weg kommt, müsst ihr natürlich auch mehr Farbe kommen lassen, damit der Farbauftrag gleichmäßig bleibt. Dann versucht einfach mal so ein paar Kringel zu machen, ein paar Striche, ein paar Linien, in verschiedenen dicken Stärken und dann einfach mal so ein bisschen rumprobieren. So, die erste Übung. Das sind ganz einfache Linien. Die werden wir jetzt versuchen, so gerade wie möglich einmal nachzuziehen. Zeige ich euch, wie es geht. Hier solltet ihr natürlich relativ nah ans Blatt gehen und nur wenig Farbe kommen lassen. Ups, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Und dann einfach die Pistole gerade einmal durchziehen. Und das war es dann auch schon. So, die zweite Übung wäre dann dasselbe. Aber diesmal versuchen wir, kleine Linien zu machen und immer dicker zu werden. Ja, starten wir doch einfach mal mit den dünnen Linien. Bei den dünnen Linien wie gehabt nah ans Blatt Papier. Und umso dicker die Striche werden, umso weiter müsst ihr auch vom Blatt Papier euch mit der Pistole entfernen. Und umso weiter ihr euch von dem Blatt Papier mit der Pistole entfernt, umso mehr Farbe müsst ihr auch kommen lassen. In dieser Übung versuchen wir einfach mal zwischen den Linien zu bleiben. Das machen wir deshalb, um Zielen zu üben. Weil Zielen ist so eins der wichtigsten Dinge, die wir können müssen, um später den Nagel natürlich auch zu treffen. So, vierte Übung. Und zwar geschwungene Linien ist natürlich auch recht wichtig. Ich meine, so große Linien werden wir niemals machen. Aber es ist immer ganz gut, auch mal so einen Schwung zu üben. Hier machen wir es ganz einfach wie bei der allerersten Übung. Relativ nah ans Blatt Papier. Wenig Farbe kommen lassen. Und dann einfach mit dem Schwung mitgehen. So, fünfte Übung. Und zwar kleine Linien. Die sind jetzt recht wichtig, weil die werden wir immer auf dem Nagel haben. Versucht einfach mal so die Linien nachzuziehen. Versucht da so dünn wie möglich bei zu bleiben. Denn wir wollen ja auch feine Linien hinkriegen. Ja, hier ist es quasi wie bei der ersten Übung, nur dass wir kurze Striche machen. Ist natürlich ein bisschen schwerer, als einmal so lange Striche durchziehen. Versucht zwischendurch auch mal ein paar Striche zu machen, wo die Farbe etwas feiner drauf ist. Das heißt, dass die Farbe nicht so deckend ist. Denn das ist auch relativ wichtig, denn manche Muster wollen wir ja nicht komplett ausmalen. In dieser versuchen wir jetzt einfach mal zwischen den Strichen zu bleiben und dann dünne Striche und kurze Striche zu machen. Ja, zu dieser Übung muss ich euch nicht viel erzählen. Versucht einfach zwischen den Strichen zu bleiben. So dünn wie möglich die Striche zu machen. Auch mal ein bisschen weniger Farbe, ein bisschen mehr Farbe. Einfach mal ein bisschen rumprobieren, wie ihr die Striche am besten hinkriegt. Das war es jetzt auch schon mit dem zweiten Teil des Airbrush Grundkurses. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne sharen, teilen, liken, Daumen nach oben, Kommentare, abonnieren, alles zusammen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris. Bis zum nächsten Mal.